hallo darf ich dann dann muss ich diesen silberschmied doch mal finden ach ja das ist einfach furchtbar dass man hier immer für unmengen komplizierter missionen zu machen hat bist du eigentlich noch mal gewesen irgendwas dann von opfer spieler maximal vier aber wir haben hier gerade keine koop aufnahme deswegen nix da ich mache jetzt aber bevor ich das mal mache gehe ich erst mal diese hinten zu dem vogel da oben scheint er zu sein ich mag es nicht wenn hier leute bedroht werden ich als rächer der entrichteten oder sowas ich werde dafür sorgen dass das hier nicht auf nicht vorkommt so was haben wir denn da naja dann hätten wir das jetzt auch geklärt was auch immer da stand ich habe es nicht gewesen so machen wir noch einmal hoch und dieses ganze gebiet hier ein wenig erkunden da war eine kokade aber darum kümmere ich mich dann gleich einmal rauf da so dann wollen wir mal hier synchronisieren das sieht doch schon mal sehr schön aus jetzt weiß ich auch wie es hier aussieht so neues schnell reise ziel freigeschaltet ach mensch das klingt doch schon mal schön Schnellreisen sind immer besser als langsam reisen so acht von zwölf in diesem bezirk haben wir gefunden und da drüben ist auch noch irgendwo eine aber wo ist die frage sind sogar noch zwei irgendwo ich hier da unten so neun von zwölf haben wir ja fast schon ein gebiet abgeschlossen in was kokaden angeht kommen wir denn dahin wir tatsächlich mal voran wo ist die letzte kokade hier die ist doch irgendwo ich hier wo ist die frage irgendwo auf der höhe muss das sein ach da ganz unauffällig so zehn von zwölf haben wir fehlen nur noch zwei das ist schon mal sehr schön dass wir hier das jetzt auf der karte haben da finde ich mich schon mal deutlich besser zurecht wir haben das ganze stadtzentrum und diesen bereich hier oben haben wir auf der karte und den bereich da drüben auch noch alles andere haben wir eher nicht so aber das kann ja noch werden nur gut wo ist die mission die mission ist gute frage wo ist denn die mission missionen ach da oben markierung setzen dann wollen wir da noch mal hingehen vielleicht finden wir sogar noch eine kokade auf dem weg aber das halte ich für eher unwahrscheinlich zumindest für kokaden aus diesem bezirk hat es war unwahrscheinlich dass wir die da finden werden ach so da haben wir ja praktisch gleich eine elf von zwölf haben wir tatsächlich schon es fehlt nur noch eine kokade und dann haben wir tatsächlich das gebiet abgeschlossen in dem wird so in der beziehung die schläger verjagen ist doch noch eine kokade irgendwo da oben so dann wollen wir die doch auch nochmal holen aus ich hab keinen zivilisten geschwindet das hat die schläger auch nicht verjagt wir hätten noch mal die waffe gezogen Jetzt verpisst euch! Ich lasse dich doch gehen. Geh doch weg. Jetzt hindert dich doch keiner dran. So, ja dann habe ich versehentlich einen Zivilisten umgebracht, aber ganz ehrlich, da sei noch mal drauf geschissen, so ein Zivilist, das passiert schon mal. Da kann man schon mal versehen sich einen umbringen, auch in der echten Welt macht man das ja auch ständig. Ja, aber auch. Ja, Verräter, ne? Drei von 30 Massenereignissen haben wir beendet. Ja, bitte doch. Ich helfe doch immer, wo ich kann. Das wissen wir ja. So. So, einmal hoch da. Und da einmal. Da unten haben wir prinzipiell so eine Detektivaufgabe, aber ganz ehrlich. Das machen wir, wie gesagt, in Livestreams dann. Hallo, ich wollte eigentlich nicht auf so einem Stuhl festhängen. Dieb! Hilfe! Ich wurde bestäumt! Ah, was hast du denn jetzt schon wieder für ein Problem? Dieb! Das ist doch... Ich sehe doch gar keinen Dieb! Ähm, also ich sehe keinen Dieb. Ich weiß nicht, was die hat. Hier ist niemand, der irgendwas gestohlen hat. Äh, so, was ich hier mal wieder machen kann. Ich kann hier mal den Vogel auch markieren. Aber der ist ja... Ich meine, das ist ja eine andere Vogel von dem Gebiet noch. Oder? Ne, das ist tatsächlich wieder ein neuer Vogel. Dann mache ich den auch nochmal gerade. Ja, in diesem Gebiet gibt's Alarmglocken, ist mir egal. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich es für richtig halte. Was sagt eigentlich der Jero? Der Jero sagt immer noch, äh, 900 oder sowas fehlen. Da haben wir wieder eine Korbmission. Ah, das war schon ein harter Sprung. Aber was macht man ja nicht alles. Ah, so die österreichischen Verschwörung, die haben wir doch schon gemacht. Dass hier aber auch überall diese komischen Türme stehen. Der sieht einfach genauso aus wie der andere. Nein! Da muss ich nochmal hochklettern, weil der Typ ja umbildend runterspringen musste. Anstelle, dass er einfach mal sich da auf dem Platz befördert, wo er hin sollte. Das ist einfach furchtbar. Ach, so, hast du es dann bald mal. So. Da geht's lang. So, wollen wir das nochmal synchronisieren. Dann wissen wir nämlich auch, wie es hier aussieht. Oh ja, nett sieht's hier aus. Muss ich schon so sagen. Lässt sie sehen. Und damit haben wir hier auch ein weiteres Gebiet auf unserer Map erkundet. Und haben nun hier einen ganz großen Bereich eigentlich schon erkundet. Das nächste, was wir halt haben, ist das da irgendwie. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder an die Mission zurück. Äh, wo waren die eigentlich? Da war die. Ja, genau so. Das meine ich auch. Was auch immer du gerade gesprochen hast. Genau so ist es. Äh, hier einmal. Jedenfalls muss ich jetzt hoch und dann schauen, wo wir denn da eigentlich hinkommen. Ah ja, in so einem komischen Garten. Das ist, das ist doch genau der Ort, wo diese österreichische Verschwörung war. Das kenne ich doch. Ähm. Hier einmal. Ähm. Ähm, nein. Worum nicht. Sondern darum. Dann geht es einmal. Da. So. Hier und. Äh. So. Äh. So. Einmal. Da. Und dann da rüber. Und dann sind wir noch 100 Meter. In 90 Metern. Äh. Links abbiegen. Beziehungsweise jetzt einfach links schräg rüberlaufen. So. Äh. Hier einmal über das Seil. Da einmal über das Seil. Da ist doch irgendwo eine Kugade. Das sehe ich doch genau. Genau. Das heißt, wir müssen uns hier mal Polizei töten. Ähm. Warum habe ich die Polizei angegriffen? Das war vielleicht keine so coole Idee. So. So. Fotz. So. Hätten wir es auch geklärt. Alter. Das mag ich nicht. Wenn hier Leute einfach nur lieben. Dann. Haben wir aber ein Problem. Ne. Also. Da habt ihr ein Problem. Da muss ich euch nämlich umbringen.